Musik Tschüss Mami, ich gehe dann mal. Okay, Maja, hast du dein Pausenbrot? Und nicht vergessen, ihr geht heute mit der Schule zum Zahnarzt, okay? Ja, Mami. Hallo, Marie. Hallo, Maja. Na komm, gehen wir. Achtung, Frau Schwarz kommt. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Schwarz. Wie ihr wisst, gehen wir heute zum Schulzahnarzt. Wir können jetzt auch gleich losgehen, okay? Ja, Frau Schwarz. Tschüss, Herr Beutler. Schönen Tag noch. Guten Tag, Frau Maja. Ah, Frau Schwarz mit der Klasse. 1A, richtig? Ja, die sind wir. Wer möchte zuerst, Kinder? Ich, Frau Schwarz. Ich. Okay, Maja, dann kannst du dich auf den Stuhl setzen. Ich stelle noch kurz den Sitz ein, okay? Ja. So, fertig. Ist das gut so? Ja, das ist bequem. Bitte ganz weit den Mund öffnen, ich will da reinschauen. Ah. Sehr gut. Deine Zähne sind sehr gut. Toll. Du musst sie einfach weiterhin so schön putzen, dann bleiben sie so gut. Ja, Mama sagt nach jedem Essen, Zähne putzen. Tschüss, Frau Schwarz. Es war mir ein Vergnügen. Schönen Tag noch, Herr Beutler. So, Kinder, der Zahnarzt war sehr zufrieden mit euren Zähnen. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch sehr zufrieden. Und jetzt haben wir noch Mathe bis zur Pause. Ja, Pause. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hallo, Maja. Na, wie war es beim Zahnarzt? Ganz toll. Er hat gesagt, ich habe schöne Zähne und soll sie weiterhin so gut putzen. Das ist doch wunderbar. Ja, ich bin richtig stolz auf meine Zähne. Ja.